Hallöchen! Ich wollte mich mal relativ spontan bei euch melden. Oh, jetzt blinkt schon das Akku. Ich bin zurück in Deutschland und es ist sehr viel passiert. Ich war zwei Monate im Retreat, das heißt kein Handy, kein Internet, kein Computer. Da wo ich war, es war so ein ganz altes Haus, wo dran stand, bitte keinen Computer einstecken, er könnte irgendwie kaputt gehen und so. Also ja, ich war wirklich mit mir in einer Gemeinschaft, in einer spirituellen Gemeinschaft, wo ich alle Aufmerksamkeit nach innen gerichtet habe. Zwei Wochen geschwiegen, auf Pilgerreise gewesen mit meiner Meditationslehrerin und ja, es ist viel passiert. Ich bin dabei, das zu verarbeiten. Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, aber ich wollte mal ein kleines Lebenszeichen senden. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht, doch eine Sache weiß ich, dass ich im April nochmal fünf Wochen auch ein Retreat mache, wo ich selber daran teilnehme, wo ich auch wieder offline sein werde und ich weiß, es wird ein herausforderndes Jahr werden und ich hatte noch vier Videos schon fix und fertig geschnitten und alles und die werde ich euch jetzt sozusagen die nächsten Wochen präsentieren. Das gibt mir ein bisschen Zeit und ihr habt neuen Input, der in Bangkok entstanden ist und alles, was so in Indien passiert ist, wie gesagt, das bin ich noch dabei zu verarbeiten. Ich bin noch am Ankommen. 40 Grad Temperaturunterschied darf ich gerade bewältigen und ja, das ist alles sehr herausfordernd und ja, viel anstrengender als erwartet und ich möchte mir gerade noch ein bisschen mehr Zeit geben und ja, schauen, wie es weitergeht. Auch mit dem Kanal, also weil ich gemerkt habe, dass mir das total gut getan hat, so offline zu sein und ich habe schon immer gemerkt, ich möchte nicht so viel vor dem Computer sitzen, so viel Zeit damit verbringen und deswegen wird sich hier auch ein bisschen was verändern. Mal gucken, was passiert. Ich habe echt selber noch keine Ahnung und von daher ist es für uns alle dann eine Überraschung. Gut, ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße und ich lebe, mir geht's gut und ja, bis ganz bald. Viel Freude mit den Videos in den nächsten Wochen und dann ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Ach ja, die Kommentare habe ich jetzt auch seit über zwei Monaten nicht mehr beantwortet. Ich habe sie größtenteils gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie beantworte oder mir die Zeit dafür investiere. Gerade möchte ich mehr einfach mit in der realen Welt Zeit verbringen, mit den Freunden und mit meinen Eltern und Familie und so. Und ja, so ist das gerade. Ich möchte da ehrlich sein und ja, bitte sei nicht traurig, nimm es überhaupt nicht persönlich und es kommen vielleicht wieder andere Zeiten. Aber ich weiß es selber nicht. Okay, Tschüss, alles Liebe euch.